Maximales Potenzial Wir sind auf der höchsten Stufe Nice Höchste Stufe reicht Auch gut Kann man sich geben Wenn man möchte Als ob wir jetzt Maximales Potenzial Oder haben wir jetzt Die maximalen Upgrades Einfach nur auf Freigeschalten Ich denke mal Wir können doch höher Nächste EP 4800 Deswegen Boah es wäre witzig Wenn wir so einen Unendlichen Verkaufsbonus Hochhauen könnten Ja scheiße Wie mache ich das denn jetzt Mit einer Explosion Ah hat fast geklappt Aber auch nur fast Ach scheiße Jetzt hätte ich das Ding Nutzen können dafür Jetzt komme ich dann Nicht mehr dran Toll Außer die Explosion Kann ich von hier Und nochmal so groß machen Nee Geht nicht Aber Ja Ich will das da Haben Toll Hm Na Was ich nur noch probieren könnte Ist Genau so einen hier raus Zulocken Bis der hier runter kommt Dass ich den da hochschlagen kann Oder generell Dahinschlagen kann Ja So hat es funktioniert Jawohl Einfach Genial Also Holy shit Die Technik die wir bekommen haben Ist geil Die Möglichkeiten die wir mit den Viechern hier haben Ist geil So Jetzt hier runter Zack Oh jetzt können wir die endlich so easy kaputt machen Oh mein Gott Einfach alles kaputt machen Kommt von oben noch dran Bin voll Ist jetzt nicht so geil Dieses Jetpack ist so nice Tada Und schon sind wir wieder oben Holy shit Alter So Verkaufen Wir haben wieder einen Bismund Alter Verbesserungen Ah Jetzt können wir irgendwie wieder die Lampe und sowas upgraden Den Lufthammer Boah Luftkühlung Wat Jetzt macht Luftkühlung Lass dir in der Luft Es best los Um den Jetpack abzukühlen Vertreibe durch Lol So Was tun wir uns erstmal jetzt hier verbessern Die Spielzeuge kostet 1000 Wir können noch einen Rucksack Für 800 Oh Du kannst durch das wegwerfen Von Ressourcen Ein wenig Gesundheit Ne Brauchen wir nicht Und wieder nach ganz unten Oh alter Das ist ja riesig Da unten Wenn man sich das mal so anschaut Oh Das wollte ich gar nicht Ah Oh okay Danke dafür Geht schon Da kam ein Stein geflogen Alles klar Ich hätte das erste E-Mail weghauen Also von daher Zack hier Die Pär Dann haben wir da drüben noch ein Erz So Meins Das können wir noch aufsammeln Stimmt ja Dunkle Materie Geil Die Presse Müssen wir auch auf jeden Fall Upgrade mal wieder Dieses Ding ist einfach so geil Dieses Ding ist einfach so geil Das Jetpack macht es möglich Das Jetpack macht es möglich Mal sehen Mach mal Dunkle Materie Einfach hier kaputt machen Alles Alles Juckt ja nicht Jetzt geht's hier los Kaputt Oh Leute Ich bin gleich tot Ähm Gib mal Leben Gib mal Leben Ey das ist so geil Ich find diese Viecher so nice Oh bis Mut Die kaputt Geh kaputt Du auch So wie hol ich mir jetzt die Erze Von oben Alter Mach dat Laune No Nein Hier Oh fuck Zack Zack Ich bin gleich echt tot Aber ich hab auch wieder ein volles Inventar Also passt das ja Ein arme Vieh ey LOL Dein Vieh hat das Ding getötet Ja guck ich bin voll Auf auf nach oben Oh okay Jetzt sollte ich vorsichtig sein Halbes Herz noch Alter Ich muss mir jetzt mal so überlegen Das ganze Inventar ist wieder voll Alter Davon die Hälfte drauf Das ist einfach fast 300 Dollar Da oben drauf Krabbenbeins bester Freund Ja Als Achievement Nein Wollte ich jetzt nicht Ich wollte Verbesserungen nachgucken Was holen wir uns in allen Verbesserungen Wird eigentlich in die Panzerung Hier Dat hoch machen Können wir direkt mit F machen Hab ich grad gesehen Behalten wir das Money erst mal Krabbenbeins bester Freund war Ein Achievement Falls euch wundert Warum ich gesagt hab Hey du Gib mir deine EP Das ist so leicht EP absammeln Sehe ich das richtig Sind das zwei verschiedene Erzformen Also Erzfarben Ja Was ich dahin muss Weiß ich Ich will aber nicht Das ist das Problem Ja da unten muss ich rein Schön Ich tue aber weiter herzufahren Macht so Spaß So lange wollte ich dann auch nicht in der Säure bleiben Ja gut Huh Da unten ist wieder so ein Vieh Kaputt gemacht Dunkle Materie Meteoritengestalt Komm Gibt es hier einen Geheimgang Oder so Komm schon Schade Ha Jetzt bin ich sogar hier gelandet Keine Herzen mehr Schade Ach stimmt Dieses Vieh macht ja keine Machen keine Dingens Und weiter Und ein weiterer Gibt kein Blei Ja Es ist echt toll Das ganze hier mit jemandem zusammen zu machen Und nicht allein zu sein Ben Hey das war definitiv ein Erdbeben Muss eine Reaktion darauf sein Dass das Ding Demonstrat Wenn wir Rusty finden Wenn wir Rusty finden Werde ich alles zur Rede stellen Keine Sorge Ich stehe hinter dir Stufenaufstieg Stufenaufstieg Anscheinend schon Och Mano Ich hätte so viel Spaß hier unten Noch mehr EP Komm schon Nein Gib mir die EP Das Ding Ich nach oben schießen kann EP Ich nehme jede EP mit Die ich kann Wir müssen jetzt wirklich wieder nach oben Och Mano Können ja nochmal kontrollieren Ob wir keine Erzübersehen haben Das heißt wir fliegen das ganze Ding komplett nochmal nach oben Aber darauf habe ich keinen Bock Um ehrlich zu sein Gehen wir zurück nach El Martino Verkaufen nochmal Und gucken ob wir die Rüstung eventuell aufrüsten können Wobei will ich die Rüstung aufgraden Ich weiß es nicht Mit Licht haben wir ja eigentlich momentan sogar keine Probleme gehabt Der muss auf jeden Fall abgegradet werden Dann können wir uns als Gegenleistung noch Ja das Licht Meine ganze eigene Sonne Cool Zieht dich vorwärts Wann immer der Pressefilm einen Durchbruch erzielt Ja ne das ist kacke Ermöglich es dir Schwachpunkte Mauern zu sehen Wenn du sie anleuchtest Gib her Ja guck mal Das ist ja voll dumm Gib Ich will haben Was nehme ich dafür weg Schwierige Entscheidung Die beiden nehme ich dafür weg WTF Das heißt Warte mal Beispielsweise Könnte ich dann jetzt Ja noch mehr IP für mich Bam Ha Das war eine Regenbogenbombe Beispielsweise Hätte ich das sehen können Dann jetzt Oder was Hä Das heißt Ich kann jetzt die Geheimgänge Besser sehen Oder was Ich verstehe das jetzt nicht so ganz Jetzt haben wir ihn auch nicht zurückgelassen Die Höhle haben wir fertig Da oben sind Erze Ha Erze Meine Alles meins Ach guck mal Hey ich hab dich kaputt gemacht Hier Ich verstehe Ich verstehe jetzt nicht den Sinn der Verbesserung Ich meine klar Ich kann das Sehen Dann Toll Aber Wie genau Funktioniert das Das ist jetzt so die Frage Die ich mich stelle Hier hätte ich auch oben rum reingekonnt Ja geil Nein Einmal mit dem durch Alter Nervt mich nicht Hüpft sogar ein Erz rum Das heißt Jetzt kann ich mir auch Diese Erze hier holen Und dahinter ist auch noch eins Das kann ich mir dann jetzt auch holen auch lass mich Hier Jisch Dreh Dreh mit Dreh Dreh Dreh